Hallo YouTube, schön seid ihr da zu einem neuen Video hier bei Nagoon Gaming. Heute spielen wir für euch The Baby in Yellow. Ich habe keine Ahnung was mich erwartet, ich glaube ich muss babysitten. Viel Spass dabei, was vielleicht ein Däumchen da, die Glocke gerne benutzen ist kostenlos. Und vielleicht noch einen Kommentar. Danke ihr Lieben, geniesst die Show! Okay, let's go Chat, wir gehen rein. Das ist Crown Childcare, der Gold Standard in Babysitting. Du hast eine neue Klient-Message. Es geht... Ich muss... Hey, nicht so schnell. 3 Nights müssen wir füttern. Oh ja. Okay. Die Wohnungs-Tower-Schlüssel liegt unter dem Pflanzentopf. Ich habe alles schon wieder vergessen. Zuerst... Wow, okay, halt, stopp. Ich glaube das ist ein bisschen... Ey, Digga... Wieso ist das so f*** episch? Ich getraue mich jetzt nicht. Äh, ich getraue mich... Wieso ist das so f*** episch? Ich habe Bangs-Chat. Okay, let's go. Passt. Okay, Chat, wir gehen rein. Nein, Babysitting-Wanted. Oh nein, wieso bin ich das? W.A.S.D. Ich kann den Lift benutzen. That's crazy. Okay. Oben links am Bildschirm stehen die Ziele. Bin Aufzug verlassen. Finde Wohnung 10. Das kann ich. Oh Gott, Baby. Nimm es in die Hand und dann wirf es weg. Ich muss von Sven schon... Was hat er gesagt? Die Toilette runterspülen. Das ist Wohnung 6. Kann ich kurz den Brief lesen? Nein. Ah, da darf ich mit allem E und Klick. Okay. Automatischer Lift schliessen. Also Wohnung 6. 10. Der Babysitter ist da. Opa Mr. Green. Hier ist es glaube ich... Das ist... Hab das Spiel schon durchgedacht? Ah, nehmen wir. Easy. Keiner heraus... Hey, kleiner Freund! Okay. 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 Okay, Nacht 1. Oh nein. Nacht 1 macht mir gar... Oh nein. Der Sitte. Zeit fürs Bett. Das Kind. Ist das das, was man sich vorstellt? Ein Baby hat. Das Baby in Gelb. Geheimnis. Das Grösse. Was? Was ist das? Hm. Keine Ahnung. Steht da was? Also. Das ist... Okay. Ja, okay. Easy. Hey! Hast du einen Namen, kleiner? Flaschen. Flaschen aus. Lustig noch. Hallo. Ich bin der Neue. Ich muss auf dich aufpassen, mein Kleiner. Weisst du was Süsses? Ich bin der Gute tatsächlich. Du hast Glück mit mir, mein Freund. Hey! Oh. Sorry. Kann ich dich wieder... Sorry. Ja, nicht gleich wütend sein. Entschuldigen. Shoppen. Jetzt musst du mal kurz schauen. Das ist crazy. Gib mir einen Basketball. Ja. Ist das jetzt gut? Oh. Sorry. Kann ich dich? Ja, es tut mir leid. Ich hole dir den Shop. Und sind es 2-1 zwischen will. Okay. Was? Sex? Okay. Easy. Wo ist die Küche? Okay. Aha. Ja gut. Wahrscheinlich will der dann noch was essen. Okay. Shoppen. Okay, Marco passt nie auf mein Sohnoff. Das würd ich euch auch empfehlen. Finyur, herzlich willkommen dir einen wunderschönen guten Abend dir. Allihallo. Schön bist du da. Und danke dir für den Prime schon 15 Monate. Es ist unglaublich lieber für ihn. Schon wieder einen Monat herum. So läuft die Zeit, mein guter. Finyur, schön bist du da. Danke für deinen unglaublichen Support. Danke dir mein guter. Ja. Ich muss nicht gleich traurig sein. Ja. Stark. Boah. Jungen. Du stinkst. Oh nein. Jetzt kommt dieser Job. Ja. Okay. Wo wickele ich dich? Nicht auf dem Esstisch. Ah. Stark. Sorry. Du stinkst. Warte mal. Badezimmer. Wickeltisch. Wickeltisch. Stark. Wickelunterlage. Okay. Runter mit der Windel. Okay. Äh. Neue Windel holen. Sorry. Zuerst doch alte. Babywickel. Das ist jetzt wild. Baby. Hey. Hast du eigentlich einen Namen? Wie hast du das gemacht? Oh. Oh. Hä? Ja. Okay. Wee. 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 Okay. Ja das gefällt dir. Papa Marco ist ein guter. Wir müssen dich jetzt wickeln. Wo bist du eigentlich hin? Mein guter. Oh. 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 Sven hat das jetzt gesagt. Alles was ich jetzt mache, distanziere ich mich davon. Sven hat mir gesagt, er soll es machen. Aber man muss es ja auch mal waschen, ne? Es muss es ja gerade auch mal. Oh. Ups. Warte mal. Hey. Hey Digga. Hey. Sorry. Ja Junge. Du fliegst auch wie... So. Ah. Und... Und... Das geht halt wirklich! Ja sorry mein Freund. Bitte bitte schalt weg lieber Chat. Wie heisst denn denn Baby? Das würde mich auch interessieren. Ich bin begeistert. Ah gut. Also Baby ins Bett bringen. Hast du einen Namen kleiner? Gerade wenn er schläft finden wir es heraus. Wo hast du denn im Bett? Weisst du das? Ja. Ah ich kann mich ducken Meg. Kann ich eigentlich shiften oder springen? Wieso kann ich mich ducken? Hä? Ja. Hey wieso hast du da einen Pflaster? Hast du dich schon verletzt? Da bin ich aber unschuldig. Hä? Ja komm jetzt. Ich glaube ich war vorhin gar nicht so schlecht. Sorry. Wir bringen dich ins Bett. Was für einen Namen? Sag mal. Äh. Bett, Bett. Aha. Noch nicht. Aber wo? Ist das dein Bett? Es darf nicht alles schlafen. Sorry mein Freund. Es ist nur ein Versuch. Es ist nur ein Versuch. Okay. Hey ihr habt einen Spass. Halt Spass. Halt Spass. Das war schlecht. Ja nochmal. Das war lustig. Nein. Ja. Er hat Spass. Chat. Es hat ihm Spass gemacht. Seine Befehle. Run. Was? Run. Wohin? Wohin? Ab ins Bett. Sorry. Mann du fliegst auch immer schnell. Wo ist dein Bett? Ah. Schlaf gut. Sollst du dich noch zudecken? Gesicht. Geschichten Buch finden. Oh nein. Oh nein. Oh warte mal. Es gibt. Es gibt Geheimnisse. Chat. Schlaf's made. Kann ich mit? Aha. Okay. Okay. Weißt du was zum Spielen? Wieso bist du... Ah ich komme ja. Nur kurz. Kann man eigentlich irgendwie werfen? Ich kann nur so werfen. Ah warte mal. Vielleicht mit... Äh. Äh. Also werfen nicht möglich. Schau da eigentlich. Ah du bist ein Schaf. Sag doch das. Oh. Sorry. Hier. Kannst du spielen? Okay. Ich verstehe dich. Du bist die Katze. Vielleicht. Spiel. Okay. Äh. Hä? Oh. Okay. Ja gut. Ich hoffe jetzt nicht. Der Prinz und die Katze. Cool. Wie süss. Kinderbetreuung in der Schweiz. Wollen wir den Ofen packen? Oh nein. Lili. Ich befürchte ja. Ja. Ich befehle immer einen Namen. Wenn du einfach so... Was soll es dann heissen? Ehh. Den Namen würde er mich... Marco wird es testen. Okay. Ich glaube auch. Bibi. Okay. Wir gehen rein. Danke dir. In distant lands. With dark stars overhead. The prince was fast asleep until... A cat jumped on his bed. Awww. I found a secret garden. Said the cat with much delight. Excitedly they ran outside. Explorers in the night. Hehehehe. Hehehehe. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look. 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 Okay. But the prince didn't like the garden. And started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made. The cat cried out. I should never have brought him here. you're better. Eeh? Ah. Ding! Das schnarcht! Ah, das ist wild. Okay,好, good-nacht Kleiner! Hast du einen Namen? Hast du irgendeinen Namen? Uh! Da steht hier irgendwo ein Name dieses Babys. Kennt ihr noch da? Lady, herzlich willkommen dir. Einen wunderschönen guten Abend. Hallihallo. Willkommen, liebe Lady. Okay, dann geniessen wir kurz die Wohnung. Ich komme wieder, kleiner Mann, ohne Namen. Träumen wie ein König. Geschichten für gruselige Kinder. Ah. Auf Weltenarten? Ja, ist so easy. Okay, Nacht 1 war nicht tatsächlich herausfordernd. Ähm... Snow. A curiosity in July. Following such a sweet spring. It started when I took this job. But I was not the first. They are with me. Night fell the first day. And the hours dragged on. Still we cared for the child. Huh? We spoke of Haster and Casilda in their absence. While outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes. Clear as crystal. Understood by the ignorance and wise alike. More precious than jewels. More soothing than music. More awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle. And there was only gods to cry to now. Okay. Okay. Das check ich jetzt nicht ganz. Aber okay. Wild. Aha. Schlüssel zu Geheimnissen. Oha! Oha! Und jetzt, wo ist das Geheimnis? Oha! 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 Ich hab hier einen Golden Key! Altsgeschenk verwiegelt! Zehn weiter. Das ist crazy. Also, warte mal! Es gibt hier überall noch Verstecken. Also, geheime Sachen. Ah! Wieso sagt er immer Run? Der gute Ruf und wie man ihn rötet. Wetzel der Hyadel. Der Hallisee. Entführung für Besuche. Hey, ich habe hier einen Schlüssel. Wasserhahn auf. Okay. Das Geise kann ich das dann auch wieder... Okay. Hey, ähm... Aha. Heide. Heide. Warum? Hm? Okay, ähm... Hey, ich habe jetzt hier so einen schönen Schlüssel. Ich darf hier? Nein, das kann nicht sein. Ich habe hier ein Geheimnis. Hallo, Geheimnis. Gib es mir. Aha. Aha. Ja gut, also die sollte ich ja schaffen. Es macht mir zu Angst, aber... Irgendwo, irgendwo ist ein Safe hier. Nein. Eierkarton. Hä? Oh mein Gott, ich muss nachher ein Ei auf uns werfen. Ähm... Okay. Eisi Willkommendi. Hallihallo einen wunderschönen guten Abend. Ich check gar nichts. Ich habe gerade nicht. Die Seele, die du befreist soll rennen. Ah! Okay. Das macht Sinn. Also, jetzt habe ich jetzt... Der Schlüssel ist für oben doch... Oder was ist das hier eigentlich? Einfach ein Kunstwerk, ne? Es ist nichts. Oder? Oder? Also, muss es oben sein. Okay. Der Willer war da. Oh. Okay. Äh... Aha! Geheimnis! Stark! Auch mal nach oben schauen, ne? Ja? Das ist nicht mein Kunst. Kannst du kochen? Ich persönlich? Nein. Nein. Wirklich nein. Es tut mir wirklich... Ich kann das wirklich nicht. Also, ich koche wirklich nur einfache Sachen. Tiefkühlpizza kann ich gut. Spiegelei geht noch völlig klar. Nudeln kochen. Aber sobald es dann kompliziert wird, ne... Ich bin auch wirklich... Mein Fehler. Ein fauler Mensch. Äh... Wo sind wir? Mach mir Angst. Das Bild scheint unvollständig. Ja... Gut... Zu wissen. Dann... Es ist aber laut. Was? Okay, das Bild ist unvollständig. Wow. Hm? Cool. Ja, ich komm wieder. Komm wieder. Komm wieder. Ich hab keine Reinen wunderschönen guten Abend. Hallihallo. Ich zeige euch jetzt gleich, wie man ein grilliertes Baby macht. Eigentlich hättest du noch gerne den Namen erfahren. Erwartet jetzt mal. Ich muss das Bild vervollständigen. Die Frage ist... Wie machen wir das? Oh, das wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Aber vielleicht hat sich was geändert. Nein. Was ist das hier? Ah, auch noch. Okay. Okay. Hm. Okay. Vielleicht geht's an dem Kleinen nicht mehr gut. Wir schauen mal, was der Kleine macht. Oh. Aha. Ups. Da darf ich gar nicht mehr rein. Oh. Okay. Okay. Ja, das ist jetzt... Hey, da war was. Und wieso läuft der Fernseher? Und da war was... ...auf dem Bild. Soll ich jetzt schon auf die... Ich muss noch. Boah. Aber dieses Bild... Ich muss eigentlich die Uhr hier... Hier tickt was. Aha. Das Ding tickt. Ja gut. Da war was. Was? Es geht halt wahrscheinlich wirklich... Ich mach jetzt egal. Ey, ich muss kurz aufräumen, bevor die Eltern kommen. Mein Lieber. Was sagen die, wenn ich sowas interess... Sorry, ey. Es ist in Ordnung, muss sein. Okay, aber hier ist ja nichts, ne? Kann ich eigentlich so eins essen? Ja, moin. Ah, das... Hä? Das kommt wieder. Ja, das wird... Boah. Junge. Ey, Digga. Ja, gut. Okay, ja. Wir warten auf die Ältesten, ne? Hä? Wie ist das? Habt ihr gesehen? Babys sind verkochen. Vielleicht noch ein bisschen so... Oha, Leute, wie... Chat, wie seid ihr drauf? Ah, der Kleine weint. Oh nein. Ich muss es beruhigen. Hey, komm! Opa! Opa! Marco ist da! Äh... Okay... Ja, wo bist du? Was hast du mit dem Schaf gemacht? Katze macht er aber... Ja, wo bist du? Du musst nicht weinen, mein kleiner Freund. Aber kann ich hier kurz looten? Es gibt leider nichts mehr zum looten. Ja, wo bist du? Ich komme ja. Ja. Oh no. Oh no. Okay. Äh... Ich dachte... Ja, gut. Der Wille war da. Ja, wo bist du, Mann? Ein kleiner Mann. Ja... Aha! Sag doch das! Ja... Mein gutster... Du musst ins Bett heissen. Und der Chat hat dir gesagt, das ist das neue Bett. Ist wirklich gemütlich warm. Da musst du noch drauf schauen. Oh, das ist cool. Das geht... Ich merke schon! Ah, stark! Es gibt ja noch 4. Ja gut, es ist durch. Ah, perfekt. Gleicher unter 2. Nein. Hey, ähm... Nein, das gefällt dir nicht. Hast du ein Eis? Warte, ich gehöre dich ab. Oh, mein gutster. Nein, so... Ups. Hast du Hunger? Entschuldigung. Ah, ja. Ich gebe dir noch was zum Essen. Ist es noch ein Toastbrot? Hier. Nein! Nein! Kriegst du! Ey! Schmeckt gerade! Ich muss komplett alles... Ja, gut. Aufräumen hier. Moin! Ja, ist er gut. Komm. Wir gehen. Willst du Fernsehen schauen? Komm, die Eltern erlauben das eh nie. Hier, chill mal. Ich mache ein cooles Programm. Ja, so ist es gemütlich. Ah, gefällt dir? Andere Programm. Besser. Okay. Ja, dann halt nicht. Was können wir mit dir noch machen? Das nicht. Ja, wir gehen mal hoch, mein gutster. Ach, komm. Aha. Ja! Hey, ich habe es schon dreimal. Okay, komm. Ich muss das kurz das Bild vervollständigen. Vielleicht mit dir. Ich muss dich dazu setzen. Nein, schön, dass du über 5 Grad besser gelandet bist. Ich bin da auch. Hey, hier mein Kleiner. Schönes Bild. Auch nicht. Oh, cool. Der will aber da. Okay, es ist traurig. Ja, du wirst ins Bett. Komm. Du, so wie mein Kleiner. Beginne runter. Was gefällt dem Chat? Also, ich glaube das gar nicht. Es ist immer wie in einer Lieben-Community. Es wird. So kann man sich täuschen. Nein, Kleiner. Hast du eigentlich einen Namen? Willst du hier pennen? Auch nicht. Willst du den her? Hey, da sind ja alles wie du. Hey, ihr seid ja beide dasselbe. Okay, mein Freund her. Pennen. Ja, ja, ja. Fühl ich, fühl ich. Nichts geht über ein kuscheliges Bett. Hier. Kannst du mit dir selber spielen? Das kann jetzt falsch, ne? Hm, ist da eine Mikrowelle bei der Waschmaschine? Das ist eine gute Frage. Nein, ich muss... Ich kann ihn nicht mehr nehmen. Ah, Kitschöntchen. Kitschöntchen auf den Kopf. Oh. Moment, du hast aber Spass. Nein, das gefällt mir. So. Gute Nacht, mein Kleiner. Namenlosen. Schafskönig. Sind eine Mikrowelle? Nein, es ist ein Fernseher tatsächlich. Ja, mein Gott. Ups. Oh! Oh mein Gott, was passiert hier? Hä? Was ist jetzt hier passiert? Hä? Ey, war da oben schon immer Licht? Ah ja. Auf dem Sofa chillen. Okay. Oh, weisst du, weisst du was doof ist? Ich habe keinen Sound, wenn ich rauskomme. Das ist wieder doof. Da war schon immer der Riss. Ja. Den habe ich vorhin auch gesehen und wusste tatsächlich nicht, was das soll. Okay, hat sich nichts geändert. Sie haben Namen vom Baby? Nein, ne? Der ist einfach der Yellow. Der Baby in Yellow. Einfach tolles Fernseherprogramm hier. Wie soll man so chillen? Ah, geht doch. Toasty, 4000. Stark. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Oh, oh. Nacht 2. Ich habe schon 5 Geheimnisse. Das Kind lacht. Guck, guck. Ist das nicht lustig? Der Sitter. Der Sitter. Ich habe doch gesagt, lass das. Das Baby in Gap. 8, 2, 10, 1. Wann da? Ich habe mir eine Frage gewesen. Aha. Aha. Gut. Gut. Nichts. Wenigstens läuft es aber hier schon mal. Ähm. The Adventure of the very scared little rabbit. Oh. Hilf doch nicht mehr. Ey. Kleiner. Lass mir jetzt kurz ein bisschen Angst machen. Er hat wieder Hunger. Hast du Hunger? Die bereiten wir schon mal vor. Ah, das geht noch nicht. Ich komm. Du hast Hunger. Ey, nimm einen Toast, Mann. Ist eigentlich Fernsehschauung erlaubt? Ja, bei mir schon. Willst du einen Toast? Nimm. Es schmeckt, ne? Stark. Okay, es gibt eine Flasche für eine Flasche. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe ein paar bluten Videos gesehen. Käse? Ja. Wir machen ein Sandwich aus der Yellow. Ist stark. Okay, ist er auf. Ich habe aufgeblüht. Ja, ne? Warte. Wer hat hier die Medaille? Wass du mit? Bist du jetzt wütend auf mich? Es gibt noch Spiegelein. Wir saugen das wieder auf. Kein Grund, den Käse so wegzuschmeissen. So. Ist es besser. Ja, ich hole dir die Flasche. Sorry wegen dem Ei. War ein Unfall. Wow. Digga. Hey. Ey. What the hell? Ey. Wo ist eigentlich die Flasche hin? Ey. Warte mal. Okay. Das ist jetzt crazy. Äh. Hilfe. 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 Ey. Mach mal die Tür auf, Kleine. Ja, ne. Der macht mir ganz bestimmt jetzt nicht die Tür auf. Äh. Ah. Okay. Ah. So. Man musste einfach die Flasche finden. Ja, ich bin... Ah, moin. Ja, ist der Hunger. Oh, ja. Stark, ne? Oh, du stinkst. Ist das zu fassen. Äh. Oh. Sorry. Woll mal deine Windel ist tatsächlich... Ey. Ich kann dich nicht nehmen. Deine Windel ist, äh, davon gelaufen. Äh. Hey. Digga. Ey. Ich finde das gerade... Junge, was hat hier so eine... Ey. Schatten dich. Dass die Auge schummelt. Junge. Wie hat hier so eine... Ey. Schatten dich. Höh. 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 Mal aus. Ja, aha. Ich wollte schon kurz reden. Was ist das für eine tofe Windel? Mach es jetzt. Windel. Ich... Ich... Schatten dich. Ich muss kurz looten. Seht ihr? Looten. Run. Okay. Run, meine Seele. Haha. Warte mal. Ich habe ihn. Was ist das hier? Kein Notfall. Wie ist tatsächlich... Kein Notfall. Bleib mal hier. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie gleich wieder da vorne läuft. Ich muss kurz looten. Oh mein Gott. Was ist das? Ähm. Warte mal. Gibt es hier Namen? Camilla. Robert. Geh. Ne. Zitten. Where's the yellow? Ke. Ja. Komm mit. Hallo? Na? Na? Einfach auf dem Boden. Ich sterbe. Ich bin liebevoll. Kommst mit. Du stinkst. Ja, hallo? Also kommt, das hättet ihr... Also jetzt an alle, die... eigene Kinder haben. Na, das habt ihr bestimmt alle schon mal gesagt. Nein, nein. Wenn man abmacht, stinkt man. Das ist... Oh, nein. Unser Chat richtet ihr nach Rosenblät... Rosenblättern. Gefühle ich aber. Ist bei mir auch so. Hey Kleiner. Was sollte das jetzt? Es gibt einen Dreierwurf. Ja, selber schuld. Ja, wir üben noch ein bisschen. Ist tatsächlich nicht mal so einfach. Ha! Der ist gültig. Baby ins Bett bringen. Hey, ähm. Ich hab Notfall. Hier, Bett. Falsches Bett. Na, so klar. Na. Musst nicht traurig sein, mein Kleiner. Ich dachte ja, du wirst Böse. Aber du bist voll der Knuffi. Das kann dir gar nicht böse sein. Komm. Rein mit dir. Ja, Gott. Auch mal lächeln. Scheiss. Musst nicht... Ah, okay. Nein, wir sind im Bett. Gut, Schöntchen. Nein, du bist die Katze. Fühle ich. Gute Nacht, mein Kleiner. Was ist eigentlich das hier? Ich sag, das ist ein Geheimnis. Das ist die Schachtin. Der König. Das ist die Damen. Mach den mal raus. Was ich den brauche. Okay, Gute Nacht, mein Kleiner. Oh, warte mal. Darf ich eine Runde? Es will auch eine Runde. Jetzt habt ihr mich. Ah. Was ist das? Was ist das? Aha, der will wieder. Prinz und Kaninchen. Okay. Ja, wir lesen. Prinz und Kaninchen. Nein, 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 nein. Ja. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das sind die Hosen. Jetzt müsstest du meine Wilden wechseln. Ah, mein Lieber. Ja, ich hab doch. Wo hast du die Katze? Chill mal, dein Baseman. Es gibt keinen Weltuntergang. Hier Katze, es gibt nichts. Was? Jetzt magst du dich nicht mehr. Ja. Okay, mein Freund im Hals. Ja, ja, ja. Das ist crazy, ey. Ein Grund zu eskalieren. Okay, ja, ja, ja. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Round and round inside the palace. In and out of space and sight. Hopp, hopp, hopp. Okay, übel. Arme Hase. The prince couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, I need new friends. More, now, another. I'll bring you some. Don't worry now. The prince replied his loving, caring mother. Okay. Also, ist es eigentlich traurig, gegen die Abend die Haustür. Okay, gut nach, mein Kleiner. Jungen, ey. Macht hier einen Rambazamba. Aber ich fühle es, ich wollte auch nicht ins Bett. Nein, Bett gehen, ist immer mühsam. Block. Wo? Haben wir einen Block? Ah, das ist auch gültig. Sag doch das. Ups. Ah, gut. Gute Nacht, Kleiner. Ey, mir fehlt noch Loot. Wo ist eigentlich hier? Was ist das für eine Tür hier? Ähm. Okay. Ich glaube, es ist ein Garten. Okay. Oh, da chillen wir mal. Was sieht denn das Bild da? Es gewesen. Aber jetzt kann ich hier looten, oder? Ah. Häufiges Spawnen kann sich auf die Performance auswirken. Oh, da kracht es. Ja, let's go. Sumi-Auto. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Basketball sehe ich mich auch. Blockieren. Fehlkanonen. Da sehe ich mich tatsächlich auch. Ja, Gott. Ein Staff mehr. Ja. Aha. Ja, dann nehmen wir alles einmal. Bye-bye Performance. Und noch ein Random. Und jetzt raus hier. Stark! Ja, jetzt hätte ich gerne mein Baby. Äh, mach weg. Das. Ja. Ich liebe es. Oh mein Gott, der Tür, ne? Stark. Boah, der wird so gehatcht, oder? Das glaubt ihr gar nicht. Ja, das wird alles gehatcht, oder? Okay, gefällt mir. Okay, gefällt mir. Ne? Der weidiger Weidiger! Okay. Der fliegt halt wirklich! Dennis, willkommen dir einen wunderschönen guten Abend. Danke für die lieben Worte. Danke für deinen tollen Support. Herr Rüdiger! Für 20 Sekunden ohne abzustürzen. Ich bin Profi. Next. Was bist du? Doktor nehmen. Ist das ein Doktor? Okay. Auto. Kann ich jetzt steu? Unfall. Auto. Es gibt auch einen Erfolg. Alt! Machen wir mal so lang. Ah, Bau! Oh, Unfall. Stark. Aha. Ich kann leider kein Ding. Basketball ist genau mein Ding. Oh, da fliegt da wie eins. Was meinst du, hey? Digga, warte mal. Aber hey, warte mal. Der Basketball fliegt ja crazy gut. Oh, Junge. Boah, das ist nicht mal so einfach. Mein Liebes, sorry. Oh mein Gott. Halt! Stopp! Und der fliegt nach. Hey, halt! Stopp jetzt! Das ist crazy. Jetzt machen wir den Schummel, Marco. Einfacher gesagt, als getan. Lassen wir los. Basketball anscheinend auch nicht meins. Hey. Ein Block. Haben wir. Stark. Ein Ballon! Hm. Also wenn ich jetzt das nicht schaffe, dann lassen wir Marco los. Ha. Wissen machen. Cool. Gib mal her. Aha. Jetzt siehst du das Problem. Ähm. Okay, Marco. Ähm. Schon mit der Spielzeugkiste völlig überfordert. Hat schon Spass. Okay. Ey. Das ist da nicht für, der aufgekommen bin. Ja, ein M-Bot. Uh. Okay, ein M-Bot. Ich brauche nicht den Stuhl. Deadshot. Yeah. Vorne ein Party. Okay. Kann ich eigentlich auch da? Okay. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Gibt's noch was? Gibt's noch was? Gibt's noch was? Gibt's noch was? Okay. Wir haben alles durch. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen aufs Sofa. Lachen. Niemand da? Schaut sie jetzt das Guckloch. Mach doch nicht gleich auf. Ah ja. Dann habe ich mir... Hallo? Man kann hier raus. Wieso ist eigentlich niemand zuhause? Nehmen wir rein. Den Toaster. Was lag hier noch? Hier lag noch was. Okay. Bye bye. Nein. Kein stark. Wir haben noch einen Toaster, Leute. Endlich. Kann ich den jetzt auch irgendwie auspacken? Ah. Ups. Nein, nein. Macht man auf dem Wohnzimmertisch. Aha. Ah, nein. Monsieur, Esstisch. Endlich Ruhe zum Ver-endlich-Ruhe. Ja, ich glaube, hier haben wir alles, nicht? Ja. Was ist eigentlich ein Zug? Aha. Warte, den brauche ich nachher oben bei der Bahn. Danke dir für den Lörg. Äh, Lucaria. Ich würde jetzt keine Lust drauf haben, war es nicht umsonst. Ja, Cessi, voll meine Einstellung. Oh, jetzt habe ich das Video auf die Post. Gute Nachts unserer Träume, das Kind. Ich werde dir meine Träume zeigen. Ich finde das Kind tatsächlich gar nicht so schlimm. Ah, Hock und Vollbild, F11. Das ist nicht Vollbild. Auf dem Sofa Fernsehen. Habe ich doch gerade. Gibt es heute nichts zu tun. Nur zu chillen. Das ist genau mein Ding. Es blitzt, okay. Warte laut. Hey. Wo ist mein Toastie? Toastie machen, stark. Oh, warte mal. Du, es blitzt sehr. Ich muss weg. Okay. Aha. Ja, ich bin da, kleiner Mann. Es ist ja... Es ist nur ein Gewitter. Es ist nur ein Gewitter. Gehen und Tür schliessen. Nein, es ist nicht zu wild. Alles gut, mein Kleiner. Warte, ich gebe dir noch Hase. Hier. Ja, leh. Feine. Kann ich dich mitnehmen? Ich schätze, ich werde mal... Ich komme, bitte. Warte mal kurz da. Hey, war der Teppich schon nicht mehr da? Hm. Finden wir heraus. Moin. Und dann nehmen wir noch mit... Ah, das ist der Doktor. Was eigentlich blockieren? Aha. Das ist ein Block. Weiss, ich gebe dir. Hey, hast du was zum dich beschützen vom Gewitter? Ah, ja. Okay. Ja gut, okay. Gute Nacht, mein Kleiner. Aha. Ups. Waren ein paar viele. Bist du nicht mehr so glücklich? Ah, warte mal. Willst du noch die Kino? Nein. Jetzt noch eine Zeit für eine Geschichte. Etwas zu essen suchen. Vielleicht einen Käsetoast. Da sehe ich mich. Musst du einfach den Hammer nehmen. Ist ein guter Call. Pascal, willkommen dir. Einen wunderschönen guten Abend dir. Halli, hallo lieber Pascal. Herzlich willkommen dir. Schön, bist du da. Ich hoffe, Olympia geht es gut. Okay, Marco kommt. Hallo, Julie. Ich bin eigentlich ein ganz Lieber und würde sowas nie machen. Ey, wo ist das Ding? Hammer, das war hier. Ey, hier kommen ja voll viele komische Sachen raus. Was ist das? Oh, cool. Ja, jetzt, jetzt, jetzt geht es los, Chat. Ein Kaktus. Auch mal ein bisschen dekorieren. Ein Frisbee. Wow, der Frisbee fliegt ja mega. Ein Kochlauch von Schachfiguren. Noch mal so ein Ding. Was ist das hier? Eine Seifenplatte. Das ist... Ja, jetzt muss ich zuerst mal so einen Hammer kriegen. Ah, slapen, dachte ich. Kann ich damit... Oh nein, damit kann ich vielleicht... Ah. Wollen wir noch irgendeine Kugel gehen? Stark! Oh! Ja, gut. Abweiden. Die ist nicht getroffen. Ah, boing, boing, boing. Oh, die kann man nicht werfen. Okay. Du, da, aber... Ich liebe es. Was ist das hier? Oh, eine Rampe! Ah. Jetzt brauche ich ein Auto. Jetzt... Showtime! Dann machen wir noch ein paar... Oh, da haben wir... Ups. Komm noch ein Flipskissen her. Und hab ich hier eine Unordnung gemacht, tatsächlich. Ah. Wenn ich das nächste Mal einsetze. Dann wird man da unten gepupst. Ähm... Wo ist mein Auto? Ich hab's gesehen. Auto. Wir machen eine Double-Wamp, nämlich. Wenn wir nutzen die da. Wow! Ah, ich wusste es. Hey, es gibt ja voll viele Erfolge. Merke ich gerade. Ich bin ja wirklich nicht erfolgs-süchtig. Genau. Äh... Haben wir... Haben wir was Neues? Ist das... Ups, sorry. Musst du mal... Ist das gültig? Geh doch mal! Wahrscheinlich, nein. Ja, gut. Ja, gut. Hey! Was ist das? Uncool. Nein, uncool. Uncool. Nein, es war cool. Es war cool. Es gab ein Volk. Huch! Spitz. Es ist so heiss bei uns. Aber das Auge habe ich tatsächlich am Anfang gar nicht gesehen. Ich merke schon... Ah ja, der Hammer. Was wollten wir eigentlich mit dem Hammer schon wieder? Hab's... Ah ja. Ne, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Wir wollen mal hier. Was wollte ich mit dem Hammer? Ich hab keine Ahnung mehr. Irgendwas wollten wir doch mit ihm. Also, ich glaube wir haben alles gesehen. Das sieht neu aus. Was ist das? Trinkbecher? Boah. Was man hat aber... Was wolltest du mit dem Hammer machen? Also, wir machen uns mal einen feinen Käse Toast. Wohlverdient. Stark. Da kommt mal ein bisschen Mayo oder irgendwas. Keine Mayo. Einfach nur so. Eine Scheibe nehmen. Was ist das? Was soll das nehmen wir? Stark. Zwiebel gehen nehmen. Hm. Nehmen wir... Ja. Lassen wir auf. Ne, Tomaten nicht so meins. Aber ein Gurken geht völlig klar. Käse. Und das darf nicht fehlen. Da nehmen wir sogar zwei. Weil ich... Spiegelein noch drauf. Das geht. Das geht. Ja, das war's. Danke dir. Ah, wisst ihr weshalb. So eins nehmen wir auch nochmal. Doppelt halt besser. Tatsächlich. Da ist der drauf. Zack. Und... Der Rein damit. Wow! Ey, Digga. Was ist jetzt plötzlich los? Feed me. Warte. Warte, ein Schnulllöw. Ah ja, ich weiss, was ich mit dem Hammer jetzt wollte. Aber äh... Eigentlich wollte ich... Okay, feed me. Jemand hat meinen neuen Toaster, Mann! Was ist denn für eine Unordnung? Jetzt war das Yellow. Ich muss eine Waffe mitnehmen. Ich glaube, das geht nicht. Aha, wieso ist er jetzt hier? Zuerst mal noch zu ihm. Er schreit, okay. Aha! Den Hammer konnte ich leider nicht nehmen. Hier ist nichts. Ich dachte, das hat mit hier zu tun. Den Hammer... Ich kann es doch mal versuchen, aber den geht glaube ich nicht. Okay, also gehen wir davon aus, dass dieser Hammer ein nächstes, ne? Aber Leute, jetzt haben wir doch einen Notfall. Ja, ihr habt recht, wir haben einen Notfall. Den Hammer meint ihr, ja. Ey, was machst du hier? Ich habe mich mal woanders platziert. Ey, wir haben einen Notfall! Wie? Das ist kein Notfall! Es ist allein! Oh Mann! Okay, feed me! Ich muss irgendwas feeden. Es wird gefeedet. Oh cool! Aha! Ah ja! Ah ja, die Flasche, ne? Hey! Wie siehst du aus? Er gibt mir alles zurück! Ich bin aber auch selber schuld, ne? Oh mein Gott! Ey, ey, Kleiner ist abkalt! Ey, sorry, ich mache das nie wieder! Ich stecke mich wirklich nie wieder in den Backofen und koche dich oder in die Waschmaschine! Hey, versprochen! Lass mich raus! Es war nur Spass! Okay. Oh cool! Ich hätte eine Jacke mitnehmen sollen. Ah, etwas sollst du reich werden. Ja toll, hättest du nur mal deinen Löffel oder sowas mitgenommen. Aha! Ey, was bist du? Und woher? Wo kommst du? Ey, warte mal! Ah! Junge, nächste Nacht kann jemand anderes babysitten. Das Baby ist mir zu wild. Ich gehe jetzt irgendwo ein Gitter. Ah, sie ist hier doch irgendwo offen. Nein. Aha! Hey, ich... Komm dich von tiefen, weil ich mich verfolge tatsächlich. Aha! Hä? 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 Ich war vorhin noch offen! Hä? Gehen wir zurück, ne? Warte mal! Aber ich soll zu! Hä? Ich habe mich verlaufen! Ich habe mich verlaufen! Ah! Ne, doch nicht! Hä, aber das ist komisch! Egal! Ja, ich finde... Ich glaube, das ganze Haus... Da geht das Gutes für die Firma... Ey, finde ich schön! Pascal! Einmal, wie du weisst, dann ganz doll von mir streichen! Ich fütter wieder für den Kleiner da! Ja! Ist immer noch so! Ey, wie siehst du aus?! Ja, ja! Fühle ich! Ey, wenn wir schon mal essen! Ich wollte eh mal was ausprobieren! Moi! Mein Gutschi! Ja, das gefällt dir! Ja! Okay, habe ich auch Spass! Was heisst du eigentlich von einer Seifenplante? Ja! Ja, oder? Juhu! Wie lustig! Okay! Ja, komm! Du stinkst! Man kennt es nicht! Siehst du irgendwie böse aus? Was verändert dich? Mach ich sofort stark! Ich denke, was ist passiert mit diesem Spiel? Entfernen! Ja! Hei, hei, hei! Beruh dich nicht! Hei, au, 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 au! 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 Oh, wo bist du? Hör mal auf, ich sterbe! Ah, hör auf, ich sterbe! Was muss ich hier machen? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Hey, hey, hey! Ich schlafe dort denn! Komm her! Ja, komm, leg's nicht am Zückerli! Wo bist du jetzt? Hey, wo? Ah! Ich hab dich nicht gesehen! Ich entspann dich! Ah, ah! Hör jetzt aus, damit beruhig dich, Mann! Ich mach jetzt nie wieder! Versprochen, mein Kleiner! Ich versprochen! Ach, entscheide dich doch! Ich hab dich nicht gesehen! Hör mal auf! Jetzt hör auf! Bitte! Notglas! Notglas! Wir haben einen Alarm! Endlich! Boah, Digga! Ey, mein Lieber Herr! Valam! Stulle Valam! Ja, das Notfall jetzt! Wo bist du? Wo bist du? Jetzt! Hör auf! Schnauze! Mein Lieber Herr! Mein Lieber Herr! Ah, mein Lieber Herr! Herzlich willkommen, der lieben Lea! Einen wunderschönen guten Abend! Hey, ich hoffe, du hast einen guten Urlaub! Komm her, du kleiner, hundiger Hund! Naja! 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 Jetzt gut! Wer räumt jetzt den ganzen Saustall auf? Das machst du nämlich du! Oh! Oh! Jungen verflügt sich! Okay, komm, geh pennen! Bevor du wieder austickst! Ich stoff mit dem K... Geh pennen! Junge! Was stimmt denn? Nein, nicht schon wieder! Nein! Hey! Hör auf! Geh pennen! Was passiert mit dir? Baby beruhigen! Baby nehmen! Baby ins Bett! Baby lesen! Mache keine... Wie jetzt? Hase gefällt dir nicht? Äh, jetzt ist es halt Katzi, ne? Okay, entscheide dich! Ah, nein, Baby beruhigen! Okay, wir beruhigen ihn! Entspannt! Der Prinz und das Schaf! Wie das Kind fliegt, du willst es nicht wissen! Du willst... Urlaub ist okay! Türkei ist besser als Spanien! Das Welt! Wir gehen rein! Wir gehen rein! Es war kälter lang im Halles. Der Wind blot war hier in der Schaf! Oh nein! Die riesige fliegt fliegt. Der Prinz war in seinem Bett und nicht auf den Schlaf. So we called her for his mother, please go and find my sheep. Riechen. Nein, es glitzt wieder. Ich lasse mich dich drehen. Oh, coole Zeichnung aber. Warte. Just one more thing, said the prince, before I drift to sleep. He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Obediently the sheep stepped forth, its mind consumed. Das Spiel gibt es auch für das Handy. Okay. Ich habe es jetzt aber gedacht. Lady, eine gute Nacht dir. Danke dir für den Support. Hey, wo bin ich hier gelandet? Das ist crazy. Jetzt hat die erste. Akt 2. Wir gehen rein. Tatsächlich ein tolles Spiel bis jetzt. Muss ich wirklich zugeben. Geil gemacht. Rein da. Hey, ich habe nicht nochmal zugesagt. New client message. Ja, also... Also das ist die Mutter, ne? Peace. Ich bin auch der beste Babysitter weltweit. Toll! Und wer heisst der kleine Prinz? Ah, okay. Ja, sie war freundlich. Das ist okay. Ich bin der Mann, der Männer. Der hat den besten Babysitterjob gemacht. Wohnung 10. Übrigens, sie sollten mal eure Rechnungen... Es kam ein zweiter Brief. Hallo! Okay, ich bin wieder back. Hey, Junge. Warte hier. Hey, ich gehe doch wieder. Es ist auch jemand anderes suchen. Nein, nein, nein. Warte, was ist hier los? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, ich will nicht! So wie jemand anderes! Soll doch mal die Community von Magoon Gaming hier babysitten, sage ich. Ich will nicht mehr. Ich schicke die Lilly. Dann wird es salzig. Ich sage es euch. Okay, ich muss. Aber schon mit Herzklopfen. Willkommen zurück, YouTube. Okay, wir gehen rein hier. Mhm. Jemand hat einen Boden. Aber hey, ich war es nicht. Wo ist das Baby? Wieso kann ich eigentlich? Ich brauche neue Sachen. Ich muss mich bewaffnen. Ich brauche Fragenzeichen, weil ich es kann. Okay, nichts Neues dabei. Ich bin bewaffnet. Wieso hier ist überall Loch in der Wand? Jetzt nicht mehr. Ich habe es repariert. Ich habe es repariert. Sechs Dinge brauche ich noch. Warte, oben war ja auch noch so eine Kiste. Warte. Aha. FBI. Ah. Ja, lauf um dein Leben. So ein Prinz ist das nicht? Ah, warte mal. Der Junge hat Hunger. Wählen mal. Wow, 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 wow. Okay, wir holen einen Hasi. Warte mal stehen, Hasi. Okay. Endlich. Ei, Hasi. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nehm ich mit. Abfahrt, wir hauen ab. Stark! Wir hauen ab, ich komme mit ihm mit, Hasi. Ich helfe dir. Pigmans Wahnsinn. Schnell zum Ausgang, dass kleine Kaninchen hüpften. Prinz und Kaninchen, die Geschichte haben wir gelesen. Aber ich bin nicht der Böse, der Jagd. Echt ein Hasi zeigen. Samaturje, willkommen dir. Einen wunderschönen guten Abend. Hey, schön bist du da. Das können wir direkt fliegen lernen. Ich bin ein Stile. Hoha, Ula! Gämbel. Wir gehen rennen. Wir hauen nicht sie ab. Ich wollte eh gehen. Hasi hat die einzig richtige Entscheidung getroffen. Sag ja, wir gehen. Komm, wir hauen abbleiben. Komm mit. Du bist ein Süsser. Oh, ich schneide dich dann. Halt dich fest, Hasi. Hasi. Okay, Hasi, geht's gut? Alles gut. Wir sind alles gut, Hasi. Wir haben es geschafft. Warte, ich helfe uns. Stark! Dich habe ich gesucht. Komm, wir gehen. Komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Dein Leben. Stark. Dich brauche ich ja. Hey, aber Ausgang ist doch beim, nicht beim Fünften. Wieso ist hier niemand zu Hause, Mann? Ich habe Pakete. Hallo, Briefe. Äh... Hasi. Er haltet ausschauen nach so Figuren, hey. Hasi. Hasi, hallo. Komm, mein Freund. Ich schaue nur, ob jemand zu Hause ist. Aber wir sind alleine. Nein! Du Hund! Er hat mich vom Hase getrennt, obwohl... Mein Süsser! Ich rette dich! Du bist ein kleiner Giftswerg. Vielleicht muss ich dich weg mal aus dem Fenster werfen. Du bist runtergesp... Ähm... Mal einen Hauswart anrufen. Abfluss verstopft. Ah, ich will ein Superstar. Ich weiss, für den Schlimmsten... Ah, der Text wurde weggekratzt. Dieser Preis hängt verkehrt. Reden, Kopf und Lies. Nominiert für den besten Arb-Einsatz in der Musik. Aha, okay, okay. Ja, das kann man machen. Preis für Aufsteiger, das erhe ich mich. Preis für das beste Tabu-Album. Stark. Äh... Hey, Kleiner, gib mir den Schlüssel! Der kleine Frech und vor allem hat die momentane Teleportation. Wo bist du? Geh, wir schauen mal kurz... Oh ja, das ist geil. Das ist eine geile Wohnung hier. Hm, Melona. Wo bist du? Gib mir den Schlüssel. Ich muss das. Pizza, fehlende Platte. Ich brauche eine Platte. Musikalisches Kau, du willst. Es ist zwar keine Platte, aber... Wir wollen aber da. Musik zum Abspielen erforderlich. Musik zum Abspielen erforderlich. Hä? Aha! Wir müssen das so... Ja! Alles mal, du Kleiner. Jetzt wirst du wütend. Musik zum Abspielen gemacht. Die fehlt irgendwie noch ein paar Täter. Woho! Das ist ein richtiger Rockstar. Keine Figuren. Hey, moin! Spiderman! Run! Baby fangen. Baby fangen. Sobald ich gelautet habe, fange ich es. Hey, Alice. Lass das Feuer der Kreativität brennen, Papa. Aber Alice ist es nicht... Du, wir sind Kleiner. Wenn es dich in die... Scheiße, hol den Gürtel. Jetzt ist es soweit. Was sagt, ob ich die Werbung mit Herr Levy... Was, die mit Hase nicht? Nein, die Werbung kenne ich auch nicht. Hey, Zama. Willkommen dir noch mal. Auf dem Tisch liegt die Platte. Naja, stark. Ich habe gerade noch eine gefunden. Ola. Oh, wir sind Kleiner. Ein bisschen Musik entspannt tatsächlich. Platte abspielen. Ha! Ich komme gleich, mein Kleiner. Und dann fange ich dich. Dann bist du dran. Sag ich dir. Aha. Ich habe es. Ja, Digga. Relax. Ich komme bald. Entspann dich. Das heisst, das muss ganz so sein. Ach komm. Haben sie das doof gemacht? Ich glaube, ich mache ja für nichts was. Andere Platte mal anschauen. Es sollte das nicht gehen. Okay, die Musik geht gar nicht. Es gibt dir einen Erfolg, wenn ich alle platte. Okay. Okay. Hallo. Aha. 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 Eins fehlt jetzt. Hey, wo ist das? Ich habe... Hey, wo ist das einen? Die geht das jetzt aber gemein. Hey, eins liegt aber ich hier. Es ist weg. Hey, eins ist weg! Hey, das ist irgendwie in den Boden gebackt. Hey, das ist jetzt ganz gemein. Er hat stoppt das ganz gemein. Jetzt bin ich traurig. Hey, aber das ist eine Frage hier. Hey, jetzt komme ich dann gleich. Keine Geduld mehr. Ich bin ein kleines... Hey, ähm... Jetzt will ich das Blatt probieren. Okay. Minus ein Erfolg. Minus ein Erfolg. Schade. Oh, ist weg. Es ist gemein. Aha. Okay. Dann müssen wir uns jetzt mal... Warte, vielleicht hier noch kurz schauen. Hier wird alles angeschaut. Hey, das findest du jetzt so gemein. Es ist weggetart. Baby will nicht mehr zur Seite... Marco Geisterhaus... Oh ja, komm. Jetzt wird dir wieder nix. Okay. Komm her, du Kleine. Wo bist du? Da geht es mir sonst schon raus. Okay, es hat glaube ich immer denselben... Ablauf. Ah, da. Also tag tag dann da. Dann... Äh... Dann... Ah, da hinten, okay. Weitlaufen, okay. Dann äh... Da. Dann hier... Nee. Dann... 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 Ja, dann... Dann ist das so... Aha. An Sofa. Ey, wann ist er denn da oben? Aha. Aha. Nach dem Krüschen, okay. Und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Okay, jetzt. Tag. Tag. Ich hab's vergessen. Tag. Ey, wie soll ich denn fangen? Ich hab's vergessen. Da. Ich hab's wieder vergessen. Ah, da. Ja. Ey, bist du das auswendig? Kann das jetzt auch noch nicht wählen, du? Hm. Aber ähm... Macht das Sinn, was ich hier mache? Gute Folge, ne? Ach komm. Ey, ich kann das nie auswendig merken. Ich bin ein Dulli. Ah ja. Ne. Ja. Da. Da. Dann da. Dann da. Dann da. Dann da hinten. Danach hab ich's wieder vergessen. Hier. Bam. Dann äh... Hier. Bam. Dann da. Bam. Bam. Dann da. Bam. Dann. Da wieder. Ich will mal ein... Babyfangen. Klavier spielen. Ich kann nicht Klavier spielen! Babyfangen. Fehlgeschlagen. Tür zum Aufzug. Ich kann nicht Klavier spielen. Der Zettel ist verpackt. Hilfe. Babyfangen. Gefehlt. Hier in dem Zettel hatte ich ja... Ich hatte ja... Ich hatte ja... Ach komm. Okay. Das war jetzt ein kompletter Fail. 3-1 für die beste Newcomer. Es war alles Fail hier. Okay. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der King ist nur noch bei... Lulabi. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nimm es. Nimm den Schlüssel. Ey Digga. Ich verschlucke mich noch hier. Geheimen Schalt drücken. Ich hab Baby. Ich hätte das Baby fangen sollen. Gleich zu Beginn. Das Baby fangen sollen. Okay. Geheimnis. Geheimnis. Ich könnte gleich zu Beginn das Baby fangen sollen. Okay. Okay. Wir ast palso. Eier Hammer! Stark! Neier Hammer nimmt ein Anderer kaputt. Uh, wieso läuft das so? Ey, mein Hammer! Jungen! Hä? Das sah vorhin auch anders draus. Ja! Okay, stark! Leider habe ich Babyfangen fertig geschlagen. Schliessen über die Tür aufschliessen. Haha! Haha! Wer zuletzt lacht, lacht am besten! Jetzt kriegst du alles zurück. Komm, mein Kleiner! Hey! Ja, jetzt ist es selber schuld! Wer zuletzt lacht, lacht am besten! Ey, wer lacht hier so? Ich habe Hunger, gib mir meinen Schlüssel. Abfahrt! Alles gut, mein Kleiner? Okay, warte mal! Wir platzieren dich nach irgendwoher. Ja! Oh! Komm! Ja! Lächeln! Komm, ein bisschen Fernseher und Pizza geht klar in deinem Alter! Abfahrt! Schöne Musik! Ah, der Schlüssel ist nicht für... Was ist dann der Schlüssel? Ah, ich weiss vielleicht für wo. Ah ja! Wo ist Hase hin? Ich habe Parsi vergessen! Ich habe Parsi vergessen! Aber Lift ist gut! Was sollte funktionieren? Fehlgeschlagen! Was? Ey, halt! Stopp jetzt! Ja, dann geben wir halt so Fuss... ...von kennt... Ah, hier sind Spuren von Hase! Wir sind auf der richtigen Spur! Was sind das für Geräusche? Ey, was ist das Baby? Ey, nein, 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 nein! Oh mein Gott! Nicht Hase! Digga! Aufzüge offen! Ja, hallo! Ah, Strom! Ausser Betrieb! Ah, wir machen Strom an! Wir machen doch einfach ruhig! Automatische Schliessanlagen! Man kennt es in Horrorspielen! Ich brauche noch diese Figuren, falls sie sowas sind! Nein, ich habe jetzt leider nicht mehr so wirklich darauf geachtet! Das ist crazy! Sicherungen! Dann haben wir zumindest jede Menge! Ist ja mal gut! Warten wir noch! Ebel ziehen! Okay, stark! Sicherungen ersetzen! Warte, zwei Figuren! Ah ja, genau! Heide! Helm! Da steht, ich brauche einen Helm! Ohne Helm mache ich hier nicht weiter! Ah ja, und Snack! Warte mal, was will ich eigentlich? Aha! Ja, ich will einen C2 bomben! Mach mal das weg! Mach C! Mach das weg! Okay, dann snacken wir zuerst was! B1! Sieht gleich raus! Ich sehe die letzte Packung wieder! Okay, dann nehmen wir C2! Ja, ich habe kein Cash, Mann! Nein, jetzt will er noch Geld! Ich wurde noch nicht bezahlt, tatsächlich! Kann ich auch mit dem bezahlen? Schade! Aha! Da liegt einfach einer! Essen wir mal die! Geht nicht, okay! Hier! White, Leo, Roger, Large! Oha! Danke dir! Der hat Cash, der junge Mann! Stark! Okay, C2! Sicherung! Ne? So ein Ding! Lila? Hier! Rein damit! Jetzt brauchen wir noch einen blauen! Dies hier! Dann auch mal die nehmen! Ah! Ach komm! Was geschieht dir echt selber schon? Ich bin nicht dein Papa! Du musst schon auf dich selber aufpassen! Ich bin nur... Babysitter! Junge, die Tür war nicht gratis! Was machst du eigentlich hier? Wenigstens bist du glücklich! Ja, sorry! Warte ab! Platzier dich mal in die Hände! Chill! Weißt du schon am Schluss zum Spielen? Bei mir erlaubt! Okay! Ey! Sorry, ähm... An den Witen! Dass ich dich plündere! Aber Baby ist schuld! Mein gutster! Oder bin ich das? Bin ich der Witen? Was hat eigentlich noch der Lila? 17! Oh! Das muss ich kaufen! Das muss... Das muss ich kaufen! Irgendwas! 17! Ey! Wo ist meine Sicherung? Ah! Die brauche ich! Und zwar, was gibt's alles in 17? Okay, A, B, C oder D? Ja, finden wir es heraus! Sorry an den... Vielleicht bin auch ich's! Was steht da? 17... Nur 17... Fangen wir mit an! Ja, es geht gar nicht! Es fehlt ja die 7! Gib mir meine Chips oder was... Warte! 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 Ich hab dir noch Chips! Nein! Ist doch nicht so vorbildlich, aber... Vielleicht kriegst du doch nichts mehr! Oder willst du dich noch? Aber es gefällt dir! Komm! Noch eins! Wer kann, der kann! Ich will mal eine A2! Aber vielleicht auch mal so eine... Ja, mein kleiner Freund! Ey, was sind mit deinen Augen los? Chill! Okay, hier ist ja nichts mehr! Ach komm! Ey, du... Du bist ein Hund gehauen! Jetzt muss ich dich irgendwo einsperren! Was mach ich mit dir? Willst du noch Chips? Äh... Was willst du alles? Willst du mal... Willst du mal... Einen... C1? Nee, den hab ich glaube ich schon... Komm, wir geben ihm ein B2! Hallo! Ey, WB-Gnomli! Einen wundervollen! Hier, äh... Gön dir! Ja, mein Gutstir! Ja, jetzt machen wir das halt nochmal! Aber noch genug! So ein hundiger Hund! Was mach ich mit dir? Hey, ähm... Aha! Ich hab'n Plan! Rein damit! Ah! Und jetzt... Ups, sorry! Ah, ja das hat weh getan! Ja, sorry! Aber ich find's lustiger! So, und da bleibste! Er hat jetzt... Ah, Mann! Was ist das? 17? Fragezeichen 17... Fragezeichen 17... Das bedeutet was? Asi, Katzi... Schloss 17... Ich glaub' das bedeutet was... Nein! Wie bist du so schnell? Okay, irgendwas... Ich seh' gerade was nicht... 17... 17... 17... Du bist ein hundiger Hund! Ja, was machen wir dir? Ja, selber schon! Das musst du... Ja, ich kann nicht so sein... Ja... Aha! Ah! Ah! Wann mal... Äh, geh mal hier... Weil noch... Aha! Wann mal... Also 17... Aber da kommt noch... 17 am Schluss... Schon mal... Stark! Dann hab' ich hier... Irgendwo hab' ich was gewesen! Ah, hier! Aha! Fragezeichen, klar! Wann mal... Wann mal... Aha! Was ist ja... Hm... 17... Ähm... Mhm... Mhm... Muss ich jetzt... Ah! 42! Easy! Rein mit dir! So! Ich kann das nicht... Ich weiss, glaube ich, ein bisschen tiefer als geplant... Ich dachte, wir sind im Keller... Egal! Problem gelöst, sag' ich mal, ne? Ah, die wären noch ganz gewesen... Ich hab' einen blauen... So! Dem geht's gut! Das denken wir auch! Ich geh' mal in den rechten Spind... Ich geh' da auf einem Pferd... ...geritten... Hey! Wer lebt noch? Alles gut! Ähm... Ja, jetzt sind wir da! Strom wieder hergestellt! Ab zum Fahrstuhl! Ich geh' mir noch einen Snack an! Let's bring Penix! Abfahrt! Abfahrt! Nein! Don't forget! Clog in and out! No escape! Don't leave! Don't leave! No escape! Covert! Ja... Hey, wir sehen niemand zu Hause! Sie sollen auch haben... Hoffentlich gehts, naja, wo war eigentlich der Fahsi? Fahsi komm wir hauen ab, komm rein mit dir, wir müssen. Fahsi rein! Fahsi rein! Sagt mir niemand, dass ich da raus muss, ne, zum Anfang. Ey, das Baby ist kein Baby. Sind wir da uns einig? Das Baby! Das ist ein... Ja, lauf, Fahsi! Fahsi, du hast dich zuerst gelassen! Ja, das muss man zuerst wissen, Chat. Jetzt ist niemand auf meiner Seite hier. Aber lauf und mach die Tür nicht zu! Mein Lieber! Fahsi! Fahsi! Ich hätte die Tür zu... Oh nein! Fuck! Ein Kreuz! Ah, Kreuz! Komm jetzt mal ein Zückerli hei. Ich möchte auch nicht wissen, wer der Vater ist. Also Hasi ist auch ganz gemein. Ich bin immer beschützt und dann mach mir jede Tür zu! Jetzt bin ich wütend! Kreis auf Kreuz. Ich würde ja wütend jetzt sind es was anderes. Ich hätte wieder die Tür zu machen sollen. Kreis, Kreuz. Was ist der verdammte Kreis, Mann? Da, Mann. Einfach immer in der Mitte. Mach die Tür zu! Star! Lauf! Egal! Oh ja, Figuren! Fahsi! Fahsi, warte auf jetzt mehr! Hey, du machst die Tür zu! Ich mach zu! Hey, Fahsi! Was war jetzt da wieder nicht gut? Kann das denn, Mann? Das ist das jedes Mal! Wieso machst du nicht, wenn wir gleich die Tür zu? Das ist crazy! Okay! Ja! Das ist eigentlich das... Ah, da wäre der Fahrstuhl gewesen! Vielleicht auch mal... Okay, ich gehe rechts, ich gehe rechts! Scheisse! Aha! Das sagt mir niemand! Rein da, Hasi! Hasimopfert! Ich habe es gesehen! Nein, Hasimopfert! Kommt bald ins Bauch, wenn er so weitermacht! Durch das Schande! Lass mich nicht allein! Bleib hier für immer! Pass zu aufs, bitte! Junge, ey! Junge... 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 Hey! Er wartet auf etwas auf, dass ich sterbe! Beschattig mit meinem Leon! Mittlerweile freue ich mich nicht mehr, dich zu sehen! Kleiner, kleiner... Süsser! Hey, warte mal! Das war eigentlich immer eine Wohnungstür! Hey, haben wir umgestellt? Wir haben ein Spitz! Spiegel verkehrt? Okay! Hey, das gefällt dir wieder! Du kriegst die gleiche jetzt! Bin in Schritten! Hier bin ich ein 17-man... Oh, nein! Du kriegst immer... Du kriegst immer! Du kriegst immer! Eins schick! Ich esse mal! Jetzt alle zusammen, wuuu, wuuu, ja, du bist wieder ein Süsser, mag dich, mag dich, wiii, ja, wuuu, wiii, ok, hey, warte mal, willst du einen Toast, Toast für den Kleinen, ja, oh, so, kein Toast, lasst du aus den Küchen ankommen, das machen wir den Herbstschlüssel, aha, Dreieck, Schauen wir mal, das ist eine gute Frage, mein Schlüssel! Das war dumm, das war tatsächlich dumm. Aber warum kann man da, hast du noch Hunger? Öh, nein, ne? Ah, der Schlüssel ist kaputt. Okay, 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 okay. Wow, wow, wow. Hey, machst du mir ein bisschen Angst mit deinen Augen, mein kleiner Fern? Oh, oh, ich mache die ganzen Dinge kaputt. Sorry, ich habe keine Brüste über diese Nacht, mein kleiner. So, das soll mal eingesperrt sein da. Ja, ich bin voll bei dir, Lea. Aber sowas von. Brauchen wir noch... Es geht nicht aus, du bist im Bett. Du bist gar nicht... Oh, der Herzschlüssel. Okay, komm nicht, du gehst ins Bett. Hier ist das Bett und da bleibst du jetzt. Ich muss nicht so schauen. Hans, da du keinen Namen hast, taufe ich dich, Hans. Ne, Sepp. Sepp, du Depp. So, ich will alleine sein. Okay, wir brauchen den Herzschlüssel tatsächlich. Oh, es ist zu laut. Ehh. Machen wir mal bitte diese... ...liebe Musik aus. Erfordert einen passenden Schlüssel. Wer hätte es gedacht? Ist alles in den Spiegel verkehrt? Das ist ja crazy. Ja, toll! Ja, toll! Jetzt haben wir Probleme. Wir haben Probleme. Mach mal aus hier. Ich kriege die Krise. Jetzt muss noch das Geflüstert weg, bitte. Kann das nicht. Okay, ähm... Ja. Ich muss jetzt irgendwie wieder in den anderen Stock. Wenn ich darf... Hallo? Wir haben hier alles. Ja, nichts Neues, ne? Nein! Okay. Scheinbar oben. Mal schauen, hier mal. Gesperrt. Aha! Hier logischerweise. Ich bin auch ein Dulli, ne? Apart! Ja. Komm. Du musst vielleicht helfen ein bisschen... Ja, hättest du auch gesagt. Aber wir sind wieder... Ja, wir sind ja nicht in der schönen Welt. Ich habe Spass mit dir, mein Freund. Hallo! Ja, hey! Wie geht's? Na du? Bisschen Spielsachen hier für den Kleinen. Frisbee spielen? Ja, das wird an dem Kopf... Ah! Stauch. Nett. Schade. Äh... Ja. Oh, das geht ja. Aber hat Spass... Oh! Hat doch keinen Spass. Sorry! Ja, alles gut. Noch kurz den Schlüssel. Komm bitte. Ja, lassen wir mal. Jetzt schöne Musik. Ah ja, genau. Ich brauche noch Figuren. Ja Gott. Heute würde wirklich nicht das Baby. Aber es gab einen Erfolg. Alles richtig gemacht. Ich kann hier nicht shiften. Warum? Ich will shiften. Ach du Heilige. Ja, wo willst du hin? Quasi. Automatische Schleissanlage. Man kennt es. Fünf nach eins. Passt. Schon gesehen. Schon bekannt. Schon gelebt. Schlage mit dem Hammer. Wir haben schon viel gemacht mit dem Hammer. Und das arme Baby Angel. Wunderschönen guten Abend. Hey, wirklich. Wirklich. Das ist wirklich ein armes Baby. Marco hat Spass. Babys Erfahren. Und Böse. Wunderschönen. Quadratwurzel aus 64. Äh. Quadratwurzel. Äh. Oh shit. Grossi. Nein, 64. Äh. Äh. Acht. Hättest du auch gesagt. Acht hättest du auch gesagt. Hey, moin. Eigentlich darfst du nicht hier sein. Du sollst eigentlich in Wohnung Nummer 10. Äh. Aber wir lassen dich hier. Baby zum Mitnehmen. Gratis. Aber. Das wird. Okay. Jetzt musst du kurz. Ne Eiswild. Äh. Ich hätte noch ein Baby. Ist wirklich gratis. Aber. Sorry. Ja. Sorry mein Kleiner. Egal. Du bist gerade durch die Tür geflogen und weinst nicht. Ja. Ich wollte nur. Jetzt müsstest du nicht gleich wütend werden. Mein Freund. Komm wir gehen. Weisst du. Jetzt musst du die Tür öffnen. Sepp. Okay. Scheint nichts offen. Ah. Wir sind glaube ich wieder in deinem Zimmer. Aber du hast mittlerweile eine eigene Wohnung gekriegt. Nein. Das ist ein Upgrade. Oh. Du hast mittlerweile eine Kapelle. Es ist krössig. Bist du der Satan Person? Boah. Nein. Nehmen sie Platz. Nein. Uh. Das nehmen wir. Okay. Ein Baby ins Bett bringen. Habe ich doch. Neis im... ...behet. ... 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